Hallo ihr lieben Mädels aus Deutschland, ich grüße euch hier aus Sydney von meinem Balkon und ich habe jetzt schon ein Auge geschminkt und das andere noch nicht und wollte euch jetzt einfach nochmal den Effekt zeigen, den der 3D Fiberlash Mascara kann. Der hier, der kommt in so einer süßen, tollen, kleinen Tasche. Da sind zwei Tuben drin, einmal mit einem ganz normalen Gel, wie eine ganz normale Wimperntusche und das andere hat Fasern, kleine, natürliche Fasern, die angereichert sind mit Vitaminen und Antioxidants. Das heißt, die pflegen auch noch eure natürlichen eigenen Wimpern und lassen die schneller, natürlicher und kräftiger nachwachsen. Ein ganz toller Nebeneffekt. Unsere Produkte und unter anderem der hier ist vegan freundlich. Das heißt, da sind keine tierischen Inhaltsstoffe drin, außer Bienenwachs. Also wer komplett vegan ist, hier ist Bienenwachs drin. Das ist das einzige tierische Produkt, was in dem Mascara enthalten ist. Ansonsten ist da nichts tierisches drin und wird auch nicht an Tieren getestet, wie all unsere Produkte. Das ist die 3D Fiberlash Mascara und ihr könnt sehen, ich habe kaum Wimpern. Ganz dünne, kurze Wimpern. Und das ist eine Schicht mit dem 3D Fiberlash Mascara. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ich finde es immer ganz erstaunlich, wenn man ein Auge schminkt und das andere nicht. Und das wollte ich euch jetzt nochmal zeigen. Also wer so Wimpern haben möchte, auf natürliche Weise, auf ganz natürliche Weise, dann geht das hier mit dem 3D Fiberlash Mascara. Ganz einfach. Ich zeige euch natürlich auch noch, wie der angewendet ist, angewendet wird. Das geht ruckzuck. Ich mache das mit Kindern auf dem Schoß. Ja, also wirklich ganz tolles Produkt. Bleibt dabei. Ich zeige euch noch mehr dazu. Und das hier ist er. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das?